So, hab ich schon wieder vergessen, dass ich da loslaufen muss. Genauso, wenn man hier guckt, ob der Typ wie weit genug weitergelaufen ist, da ist es schon zu spät. Da muss man schon wieder gesprungen sein. Ja, jetzt lauf der raus, wenigstens. Nein, ach, so knapp vorm Ziel. Ja, super. Also, dass das ganze Ding nicht scrollt, das macht auch noch ein bisschen von der Komplexität des Spiels aus. So, 99. Versuch. So, nicht geklappt. Nein! Wieder da ganz knapp hängen geblieben. Nein! Ach! Ja, ja. Springt da rein. Oder da. Ist ja auch egal. So, neuer Versuch. Ach, du Scheiße. So, rückweg. So, ob ich hier nochmal abspeichere? Wenn der Typ jetzt hier wieder gestanden hätte. Da hätt's aber Ärger gegeben. Kannst du wissen. Ich hab's mindestens mal einmal, Alter, vier gegeben. Das war ziemlich genial. Außer, dass wir... Na gut, dann machen wir das mal so. Dann stellen's erstmal... Ja, komm doch mit! Super Timing, ja. Wenn man ja den Level betrennt und da gleich drauf rift. Dann ist man zum Sternen, verdammt. Das ist schon fies hier, dass der Speicherpunkt da oben ist. Ich hoffe, hier gibt's gleich wieder einen auf der anderen Seite. Super! Ah, wir haben's geschafft! Back to the ship! So. Trotzdem noch riesige Bereiche unerkundet. Ah, der Gelbeteil ist auf jeden Fall der... ...der Bissere zum Spielen. Deswegen biegen wir uns doch mal da an. Okay, das bringt nix. Aber wenn man da nicht in den neuen Bereich reinkommt. Dann erkunden wir halt noch ein bisschen hier die... ...weiten des Nichts in diesem Hauptschiff. Und dazu starten wir noch ein bisschen hier. Och, ich will in die andere Richtung. Ich weiß nicht, irgendwas wo man umdrehen kann. Ja, auch da gehen wir jetzt wein. Hm, wir sind ja schon wieder auf der Seite. Hm, wir sind ja schon wieder auf der Seite. Ohne unentdecktes Land. Ja, ich glaub, das wäre ja schon wesentlich einfacher zu spielen, ... ... als wenn das Ganze scrollen würde. Hm, wir sind ja auch netter, weil ich wollte grad sagen, hier sind ja netterweise wenigstens keine Hindernässer. Ich hab auch grad das Gefühl, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich hier schon war. Und ich hab auch schon wieder auf das Gefühl, dass ich hier schon wieder aufwenden kann. Und ich hab noch nie gehört. Ja, ich hab noch nie gehört. Ja, ich hab noch nie gehört. Das war jetzt eigentlich sowohl sonderlich interessant. Ja, ich hab noch nie gehört. Okay. Hm, hier könntest du wieder was interessantes geben. Schon komisch, dass sich alle Leute irgendwohin teleportieren, wo sie dann durch irgendwelche Stachelcreme und so geschützt sind, damit man sie auch ja nicht so einfach retten kann, während irgendwie 90% des Raumschiffs aber aus diesem leeren Gebiet bestehen. Ah, war das alles, was ich hier bekommen habe? Ach ja, das wäre so eine von diesen netten Stellen. Da muss man jetzt irgendwie fünf Sprünge hintereinander schaffen, um wohin zu kommen, wo man eh schon war. Wo man sich dann wünscht, aber mach ich denn so ein Speicherpunkt dabei? So, Leute, da bin ich jetzt schon längst zurück. Schnell, schnell, schnell. So, haben wir nochmals erkundet, aber wir sehen uns, glaube ich, im Spielzeichen, die er bebracht hat. Die Rest ist schon abgeschottet. Nein, ich will gerne in die andere Richtung. Aufwärts! Hm, wir kommen dem Teleporter näher. Da dürfen wir einmal unterobern müssen. Oh, oh! Nein! Hätte man atmen können, oder? Hm. Ja, das ist ja sowas, wo man über den Safe-Punkt geht. Hey, der steht da. Warum ist das jetzt mal derselbe, der da rumsteht? Hey! Wo geht's da hin? Oder waren wir da schon? Da geht's zum Teleporter! Oh! So, versuchen wir heute mal nochmal diese Seite, wo man dann zu diesen Spitzen kommt. Gut, gespeichert haben. Ja, das sind auf jeden Fall so Stellen, die man leichter schaffen würde. So, was ist das? Na, ich bin zumindest auf dem Schiff. Da gibt's keine Teleporter denn hier. Das heißt, da finde ich gut, dass ich ihn eingespeich bin. Gut. 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 sehr sü Are. Gut. Vielleicht brauche ich– dass das war nicht so nach werfen kann. Das sieht irgendwie alles gleich aus. Oh, das hat es mir aber ganz anders gemacht. Ja, hat sich der Leveldesigner wohl ein bisschen Arbeit gespart, oder was? Vielleicht haben wir den gleich noch umeinander gebaut. Macht einen auch ganz wuschig. Da ist man ja ohne Karte ganz verloren. Na super. Das ist ja einfach nur eine... Ist das jetzt hier wohl? Dann habe ich aber schon den einzig möglichen Ausgang gefunden. Nämlich hier. Wie, dann geht es ja auch noch weiter. Und den obersten Gang haben wir noch gar nicht inspiziert. Super. Gut, dass wir da vorbeigeschaut haben. Hätten wir ja sonst richtig was verpasst. So, da gibt es auch nichts. Was soll ich mich hier wegrande portieren? Ich habe nur ewig gebraucht, um herzukommen. Was war das? Jetzt wird es kompliziert. Und... Ja... Ja... So... Natürlich. Hä? Ah! So, jetzt gehe ich in die Lücke und auf eine Runde. Dann habe ich den Speicherpunkt. Huhu! Hm, wenn ich da ist... Nein! Hey, warum war ich denn dabei? So, jetzt muss man hier die Seite echseln. Ich muss nur noch nach da unten. Kommt mal hinein. Hm? Nein! Ach, so knapp vom Ziel! Jaja, genau da rein springen muss man. Oder da. Eieieiei. Das ist gar nicht so einfach. Und das ist gar nicht so einfach, wenn ich da rausgehe. Ich bin nicht so einfach, wenn ich da rausgehe. So! Okay! Ich habe das hier ein. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Oh! Oh! Oh, no! Oh, ja, ja! Oh, ja, ja! Oh! Oh, ja, ja! Oh! Ha, ha, ha! Joho! Ohhhh, ab zum Safepunkt. Zum Glück bin ich wenigstens genauso schnell. 0,008? Oder doch noch 1.000? Vielleicht ja sogar über 8.000. Mann, 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 wir wünschen endlich. Das sieht so aus, ist ein bisschen anders weiter. Das kann ja sogar klappen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.